1 Live Domian Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 50 50 So ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein gutes und ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Montag in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie immer eine freie Themennacht. Also ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian.wdr.de. Der erste Anruf für heute Nacht heißt Jürgen und Jürgen ist 44 Jahre alt. Hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Domian. Deswegen rufst du an. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin krebskrank. Ich habe ein sogenanntes Narbenkarzinom. Also von Narbe. Von Narbe, ja. Muss vielleicht kurz ausholen. Ich bin mit viereinhalb Jahren, habe ich mir eine Verbrennung zugezogen am Rücken und Gesäß. Also besser gesagt eine Verbrühung. Ich bin in einen Bottich mit kochend heißer Waschlaure gefallen. Also Waschlaure, Tasil, Omo eben halt. Und seitdem habe ich halt diese großflächigen Narben und wie gesagt der Rücken ist zum großen Teil betroffen und das gesamte Gesäß. Und genau über den Steißbein hatte ich immer schon eine sogenannte instabile Narbe. Das heißt eine Narbe, die immer wieder aufgegangen ist. Die war dann immer wieder auch meine Zeit lang geschlossen. So die letzten 10, 15 Jahre war es eigentlich immer so, dass diese Stelle offen war. Das heißt von diesem Unglück, als du Kind warst, viereinhalb Jahre alt warst, hast du diese schweren Nachwirkungen zu ertragen gehabt. Genau. Bis jetzt, wo du 44 bist. Genau. Und daraus ist letztendlich jetzt in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren halt dieses Karzinom, ein Tumor. Also ein Krebs, ein Narbenkrebs entstanden. Kann man so bezeichnen, ja. Ist entstanden. Und die Diagnose habe ich schon so seit anderthalb, zwei Jahren gehabt. Ja. Darf ich mal eben unterbrechen? Ja. Ich frage dich natürlich als Laie, weil ich darüber nicht Bescheid war. Das ist schon gar nicht über diese Art des Krebses. Als man das diagnostiziert hat, an und in der Narbe, konnte man das nicht sofort rausoperieren? Also es hat eben halt sehr lange gedauert, bis überhaupt ein Arzt diese Diagnose gestellt hat. Ah ja. Weil ich war bis dato immer nur bei Hautärzten, die dann, wenn ihm halt diese offene Stelle war, mit Salben versorgt haben. Ich habe dann regelmäßig täglich Verbandswechsel gemacht und so. Das kann also sein, dass du diesen Krebs schon sehr lange hattest? Kann sein, ja. Ohne, dass du es weißt, ohne dass es dir diagnostizieren kann? Ja, aber eben halt von den Hautärzten ist niemand auf die Idee gekommen, dass es eben halt auch was Schlimmeres sein könnte. Und man hat mich dann auch nie entsprechend zu Fachärzten weiter. Ja. Wie geht es dir denn jetzt heute aktuell? Aktuell sieht es so aus, wie gesagt, ich habe vor ungefähr zwei Jahren eine Diagnose bekommen. Ich habe dann, den Vorwurf muss ich mir auch selber machen, ziemlich Angst vor einer Operation gehabt, bin dann von einem Arzt beziehungsweise einer Klinik zur anderen gegangen, habe dann jetzt letztes Jahr Mitte November, am 18. November, ist dann die Operation durchgeführt worden. Mir ging es vorher schon lange Zeit sehr, sehr schlecht. Ja. Ich, seit Sommer letzten Jahres liege ich eigentlich nur noch im Bett, die meiste Zeit des Tages, weil ich nicht sitzen kann. Also im November ist dann eine Operation durchgeführt worden. War die insofern erfolgreich, dass man sagt, nein? Nein, nein. Das war eben halt die Sache. Das heißt, der Krebs ist nach wie vor da. Man wollte den Tumor wegschneiden und das Ganze wurde dann mit sogenannter Spalthaut vom linken Oberschenkel, die wird dann die Haut abgeschabt und dann transplantiert. Also damit wird das dann wieder gedeckt. Und man hat mir schon im Krankenhaus gesagt, dass zwei Prozent des Tumors nicht entfernt werden konnten, weil da schon der Knochen angegriffen war. Das heißt, der Tumor ist jetzt wieder neu gewachsen? Ja, und in sehr kurzer Zeit, innerhalb von acht bis zehn Wochen, eigentlich wieder auf die alte Größe. Hast du Chemotherapien machen müssen? Nein, das ist jetzt genau der Punkt. Ich ging ja erstmal davon aus, dass nach der Operation das gröbst überstanden war. Wobei man sagen muss, die Operation war natürlich auch schon ein ziemlich harter Eingriff, weil ich nur noch knapp über 40 Kilo wog. Ich wieg jetzt im Moment aber auch nicht mehr. Und man hat mir dann gesagt, die Operation wäre einigermaßen gut verlaufen, bis halt auf diese zwei Prozent Tumorzellen, die man nicht entfernen konnte. Dann war ich drei Wochen in einer Reha. Vor welchem Problem stehst du jetzt? Ja, und dann war ich halt bei den weiterbehandelnden Ärzten, Onkologen. Die haben sich das angeguckt und die haben dann jetzt auch festgestellt, dass es eben halt wieder so schlimm ist, wie es vorher war. Und jetzt eigentlich nur noch eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie. Ah, also eine Operation kommt nicht mehr in Frage. Nein, im Moment kommt eine Operation nicht mehr in Frage. Also du stehst vor dem Problem oder vor der Frage, soll ich diese Chemotherapie machen oder nicht? Ja, es ist halt nicht nur Chemo, sondern es ist auch eine Strahlentherapie. Und ich bin letzte Woche, letzte Woche Donnerstag war ich halt bei dem Strahlentherapeut, der die Strahlung durchführen würde. Der hat mich über die möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt. Jetzt habe ich morgen noch einmal bei einem internistischen Onkologen einen Termin. Der würde dann die Chemotherapie durchführen. Aber da wurden mir auch schon die Nebenwirkungen genannt. Also die Nebenwirkungen sind wahrscheinlich dramatisch? Dramatisch, ja. Dramatisch. Was, ich frage dich wirklich mal so ganz gerade raus, wenn du jetzt diese Chemotherapie nicht machen, diese Kombinationstherapie nicht machen würdest, was hat man... Dann werde ich auf jeden Fall daran sterben. In absehbarer Zeit? Das, der Arzt ließ sich jetzt nicht auf einen konkreten Zeitpunkt festlegen, aber er meinte so, es kann schnell gehen, schnell wären dann zwei, drei Monate. Es kann aber auch noch ein Jahr dauern. Wobei man sagen muss, dass das auch, wenn es dann länger dauert, kein angenehmes Jahr würde. Das hat er mir auch gesagt. Welche, wie hoch sind die Chancen, dass du durch diese Kombinationstherapie Chemostahlen, dass man den Krebs in den Griff bekommt? Nicht so groß. Aber es sind Chancen da. Ja, also ich sag jetzt mal, als ich letzte Woche Donnerstag den Arzt gefragt habe, ob er denn Chancen für eine Heilung sieht, hat er wörtlich gesagt, das kann man nicht ausschließen. Also ist es ja gering. Was wahrscheinlicher ist, meinte er, ist, dass man den Krebs vielleicht so weit eindämmen kann, dass man erstmal wieder Zeit gewinnt. Das ist nicht unbedingt für eine weitere Behandlung, sondern einfach eben halt fürs weitere Leben. Dass ich vielleicht noch statt ein Jahr vielleicht zwei oder drei Jahre habe. Was ist die schlimmste Nebenwirkung, vor der du Angst hast, die man vermutet, die eintreten könnte? Wie gesagt, ich wiege gerade mal noch etwas über 40 Kilo. Ja, ich muss das nochmal richtig registrieren. Du hast das gerade schon gesagt. Das ist ja unglaublich. Die 1,64 groß. Und das ist allerdings bei Patienten wie mir durchaus normal, dass man so einen großen Gewichtsverlust hat. Also was ist die schlimmste Nebenwirkung, die eintreten könnte? Ja, dass die Schimmung und die Bestrahlung mich weiter so schwächt, dass ich relativ schnell sterbe. Eine weitere Nebenwirkung ist, mögliche Nebenwirkung ist, weil mein Gesäß, du musst dir vorstellen, das ist wirklich verkrepst, großflächig. Es muss also auch entsprechend die Bestrahlung großflächig vorgenommen werden. Man kann also gar nicht so punktgenau arbeiten. Das heißt, es würden auch sehr viele gesundes Gewiede zerstört werden. Da es eben halt auch schon sehr dicht am Bereich Rückenmark, Wirbelsäule ist, könnte es unter anderem zu dauerhafter Lähmung führen. Das heißt, du stehst vor dieser unfassbar großen Frage, soll ich das jetzt machen lassen, soll ich das nicht machen lassen? Genau. Wenn ich es nicht machen lasse, ist sicher, dass ich sterben werde. Wenn ich es machen lasse, ist es auf jeden Fall sicher, dass ich erstmal sehr viel zu leiden habe. Genau. Und habe eine ganz kleine Chance, vielleicht irgendwie, dass es sich doch noch verzögert oder dass sogar vielleicht eine Heilung eintritt. Ja, so sieht es aus, genau. Zu was tendierst du? Ich bin hin und her gerissen immer wieder. Wie stark ist dein Lebenswille? Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, wo ich sagen möchte, ja, ich nehme den Kampf auf. Dann kann es aber auch schon eine Stunde später sein, dass ich wieder vollkommen deprimiert bin. Wobei, das muss man sagen. Was soll es eigentlich? Wobei man ja sagen muss, du sagst, ich nehme den Kampf auf. Du kämpfst ja schon sehr tapfer seit Jahrzehnten. Ja, aber das ist natürlich jetzt schon eine andere Qualität. Das ist klar. Das ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit gewesen gegenüber dem, was jetzt dich belastet. Das ist mir schon klar. Ja. Und es kann mir ja auch keiner wirklich einen Ratschlag geben. Das ist wirklich sehr schwer zu raten. Weil ich auch, bisher habe ich es ja auch von jedem jemanden, die zu sagen, was würdest du machen? Weil ich glaube, diese Frage ist unfair. Wobei man einen Arzt das schon fragen kann. Was sagen? Einen Arzt ja, aber eben halt in meinem Bekanntenkreis. oder so. Da möchte ich niemanden jetzt die Last aufbürden und zu sagen, komm, was empfiehlst du mir? Oder was würdest du an meiner Stelle machen? Weil ich glaube, da kann sich keiner wirklich hineinversetzen und dann niemanden diese Verantwortung aufbürden. Hast du eine Frau? Meine Frau hat sich von mir getrennt letztes Jahr. Im Mai, Juni hat jetzt eine eigene Wohnung. Wir haben immer noch Kontakt, sehen uns täglich. Aber wie gesagt, wir wohnen nicht mehr zusammen und da kommt jetzt auch nicht die Unterstützung. Es ist in der Tat ein sehr schwieriges Problem. Und in der Tat ist es äußerst schwierig für jemanden, der nicht in dieser Situation steckt, etwas dazu zu sagen. Dennoch muss man ja, sollte man auch eine Meinung haben. Ich will einfach zu sagen, ich weiß es nicht, ist ja auch für dich unbefriedigend und für mich ja auch. Ich würde es wirklich davon abhängig machen, wie viel Lebensenergie und Kraft ich noch habe. Du sagst, du bist auch da hin und her gerissen. Mal sagst du ja, mal sagst du nein. Aber immerhin sagst du noch ja. Wenn du jetzt nicht, wenn du so weit wärst und so mürbisch und wärst, dass du eigentlich nur noch nein sagst, dann wäre die Antwort ja schon klar. Aber da ist ja noch was, was ja sagt. Da ist noch was, das spüre ich. Und vielleicht sollte man dieses bisschen aufgreifen und darauf aufbauend die ganze Energie in diese schwere Behandlung hineinführen. Ich finde es schön, dass du auch mit Freunden darüber sprechen solltest. Natürlich sollte man hier einem Freund sagen, du musst es jetzt entscheiden, darum geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, dass das Gespräch einfach schon hilfreich ist, wenn du mit verschiedenen Menschen darüber sprichst. Weil irgendwas sagt immer einer eine Kleinigkeit, die man dann vielleicht doch behält und die man bedenkt und die wieder in einem selbst was auslöst. Ja, ich mache mir auch die Sorgen langsam, dass ich dann mit meiner Umwelt auch ziemlich salopp gesagt auf den Senkel gehe. Finde ich nicht. Bei so einer gravierenden Entscheidung geht man da nicht auf den Senkel. Finde ich nicht. Ich habe da jetzt so von meiner Intuition heraus mal etwas gesagt, Jürgen, was ich gerade gesagt habe. Ich würde mal gerne noch die Meinung meines Psychologen dazunehmen, der jetzt auch zugehört hat. Ja, das wäre ganz schön. Dann haben wir schon mal zwei Meinungen. Oder du hast dann schon mal zwei Meinungen. Dürfte ich noch eine Bitte äußern, und zwar vielleicht, wenn es Menschen gibt, die jetzt zuhören, die, gut, diese Form des Krebses, die kommt sehr selten vor, aber die vergleichbares erleben, durch Leiden mussten, muss man ja sagen. Ja. Falls da vielleicht jemand Lust hätte, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ja, natürlich. Machen wir gerne den Kontakt. Weil das würde mir vielleicht auch ein bisschen helfen. Machen wir. Bitte, wenn jemand sich melden will, meldet uns unter domian.atw.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt zu dem Jürgen her. Jetzt legst du bitte auf, Jürgen. Ja. Der Peter ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft. Danke, Domian. Auf Wiederhören, Jürgen. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter dieser Nummer oder mailt unter domian.atw.de. Hier ist Alice oder Alice 21. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie soll ich sagen? Alice? Ja, genau. Alice. 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 Um was geht's? Also bei mir geht es um Beziehungskrach sozusagen. Ja. Und ich habe so Schwierigkeiten mit meinem Freund und mit seinen Methoden sozusagen, wie er mich behandelt. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Also seit über ein Jahr. Ein Jahr. Und wie alt ist dein Freund? 22. Ja. Ja. Und was ist das jetzt im Einzelnen? Im Einzelnen ist es so, dass er mich anbrüllt, okay, das ist harmlos. Das ist ja nicht so schlimm. Der schreit mich an und der droht mir auch manchmal, wenn ich etwas nicht tue, dann passiert dies oder jenes. Ja. Hat er dich auch schon geschlagen? Ja, das ist schon öfters. Also einmal pro Woche kommt das so immer vor. Das sagst du so beiläufig. Bist du nicht empört darüber oder verletzt? Traurig? Ja, schon am Anfang war ich total traurig darüber, weil er vor allen Dingen nicht eingesehen hat, dass es schlimm ist. Der hat das... Das fand der normal. Ja, der hat es mir jetzt auch so sozusagen so beigebracht, dass es für mich jetzt auch schon normal ist. Wann schlägt er dich? In welchen Situationen? Also wenn ich nicht das tun will, was er sagt, zum Beispiel manchmal wegen Kleinigkeiten, wenn ich meinen Tee nicht trinken will. Wenn du deinen Tee nicht trinken willst? Ja. Dann schlägt er dich. Wie schlägt er dich? Schlägt er dich ins Gesicht? Da, wo es um Tee ging, hat er mich auf den Kopf gehauen. Er haut dich auf den Kopf und sagt, trinkt deinen Tee? Ja, so ungefähr. Obwohl ihm das ja völlig egal sein könnte, ob du deinen Tee trinkst oder nicht. Ja, schon, aber das sagt er nur, weil er gerade mal schlechte Launen hat oder so. Hat er dich auch schon so schlimm geschlagen, dass du verletzt warst? Ja, dass ich mich nicht so gut bewegen konnte, weil ich Rückenschmerzen hatte und so. So, jetzt hast du mir gesagt, er schreit dich an, er schlägt dich. Was noch? Ähm, das ist aber nicht so vorgekommen, dass, er hat mir irgendwelche Fragen gestellt, die ich nicht beantworten wollte. Zum Beispiel? Ähm, über, über, über kleine, über meine Vergangenheit zum Beispiel. Und, äh, bei mir ist es so, ich habe ein Problem damit, mir mich Dinge zu merken, die schon ein, zwei Jahre her sind oder vier, fünf Jahre. Und er meinte, ich hätte da in der Zeit irgendwas Schlimmes mit Jungs und so gehabt und keine Ahnung, obwohl ich bin ja 21, ich hatte gerade mal zwei Freunde jetzt, ihn als zweites. Ach, das sind dann Sachen, äh, die fragt er dich, die hast du wirklich, wirklich vergessen und, und er glaubt es dir nicht. Ja. Und dann tickt er schon wieder aus. Ja, und er unterstellt mir, äh, bei uns ist es in der Gegend ein bisschen blöd, manche Jungs, wenn die deinen Namen kennen, behaupten die gleich, die hatten was mit dir. So ist es eigentlich bei Jungs normal. Aber es ist nicht so. Mhm. Und das versteht er irgendwie nicht. Mhm. Äh, gibt es noch etwas, was dich sehr, sehr nervt und ärgert? Ja, weil, ähm, also wenn ich ihn halt so fragendlich beantworten will, äh, hat er mir mal die Klamotten so zerrissen, musste ich so nackt bleiben, bis ich das erfüllen konnte, was er sozusagen wollte. Du musstest nackt bleiben? Ja, hat er mir die Klamotten zerrissen und... Von lauter Wut, weil du da irgendwas nicht beantwortet hast, was du nicht beantwortet, nicht mal konntest, obwohl du es hättest beantworten wollen. Ja. Mhm. Äh, darfst du, äh, alleine weggehen? Nee, das, äh, wenn ich zu, wenn ich meine Familie oder so besuchen gehen will, dann, dann kriege ich wieder Ärger mit ihnen. Er sagt zwar, geh, und wenn ich wiederkomme, dann, der sagt er, ich habe mich mit Jungs getroffen und keine Ahnung. Ich glaube, ich muss gar nicht fragen, äh, weil ich die Antwort schon ahne, aber ich frage es trotzdem, du darfst nicht alleine in eine Diskothek gehen. Das natürlich auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Das sowieso nicht. Darfst du mit Freundinnen mal irgendwie in einen Kaffee gehen oder ein bisschen bummeln oder so? Nee, auch nicht. Also ich hatte, ich hatte eine gute Freundin und er meinte, ja, die wäre so schlecht und die hätte so viel Kontakt mit Jungs und... So Alice, jetzt hast du dir meine ganze Menge erzählt. Da kriege ich schon wieder so einen Hals, wenn ich das höre, muss ich dir sagen. Jetzt frage ich dich mal, du bist eine junge Frau, eine erwachsene junge Frau von 21, warum bist du mit dem zusammen? Warum? Weil meine Familie das mitbekommen hat, dass ich mit ihnen zusammen bin und bei uns ist es so halt, dass man da nicht unbedingt, wenn die ganze Familie weiß, dass man da nicht unbedingt den Partner wechselt, sagen wir mal so. Was heißt bei uns? Also bei uns südländischen Raum. Aus dem südländischen Raum. Ja. Bist du, sind deine Eltern oder deine Verwandten türkischer Herkunft oder du selbst türkische Herkunft oder... Ich nicht. Du nicht. Sondern? Sondern mein Freund. Dein Freund, also du nicht. Ja, genau. Du bist Deutsche, hast auch deutsche Eltern. Nee, ich bin auch eine Südländerin. Auch eine Südländerin. Na gut. Also da ist schon so ein gewisser Druck da, dass man auch nicht ganz einfach dann als Mädel sagen kann, okay, ich gehe jetzt wieder. Ja, und ich habe auch Angst, irgendwie alleine zu sein. Ja. Weil, sozusagen, ich weiß nicht, also ich bin nicht davon überzeugt, aber viele andere Leute sagen, dass ich gut aussehe und keine Ahnung und wie toll und so ich bin und vom Äußeren jetzt. Aber ich denke das selber nicht. Es ist nicht so, dass ich keinen abkriege, sozusagen. Aber... Es geht nur darum, dass ich Angst habe, dass ich nie den richtigen Partner finden werde oder dass ich auch wirklich keinen mehr abkriege, sozusagen. Ja, die Angst habe ich natürlich nicht, wenn ich mir dein Alter angucke. Ich hätte nur die Angst, wenn ich mir vorstelle, dass du das alles so weiterlaufen lässt. Mir ist schon durchaus klar, dass so in deinem Umfeld das nicht so einfach ist, zu sagen und Tschüss. Ja. Aber letztendlich wird es darauf hinauslaufen müssen, wenn du ein glückliches Leben suchst und du suchst ein glückliches Leben. Ja, ich glaube, ich werde das aber niemals finden. Das ist meine Hoffnung. Es ist eigentlich, eigentlich lebe ich so, als wäre ich schon tot, nur irgendwie eine Gestalt läuft durch die Gegend. So komme ich mir vor. Aber das ist ein schlimmer Satz, den du da sagst. Ja, ich weiß, dass das ein schlimmer Satz ist, aber es ist wirklich so. Ja, aber der rüttelt mich jetzt auf, noch klarer dir ans Gewissen zu reden und der sollte dich auch aufrütteln. Wenn du so einen Satz sagst, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich schon tot und laufe als Gestalt darum. Das heißt für mich, dass du so in der tiefen Seele so unglücklich bist, dass du gar keine Hoffnung mehr hast. Habe ich auch nicht. Das ist aber schlimm. Da muss man aber was ändern gehen. Ja, aber das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, aber es ist möglich. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Es ist auch für dich möglich. Meine Mutter weht dann auch immer. Ich hatte ja schon mal einen Freund vor ihm und den habe ich ja verlassen und ich bin dann mit ihm zusammengekommen und jetzt, wenn wir uns streiten, sagt die auch immer so böse Sachen zu mir und so. Ich glaube, Alice, auch wenn die Mutter böse Sachen sagt, letztendlich geht es um dein Leben und dein Glück und wenn man als 21-jährige junge Frau ein paar Freunde hatte, ist das absolut okay. Und wenn du jetzt wieder einen verlässt, das ist doch normal. Man sucht so lange, bis man den gefunden hat, mit dem man gut leben kann. Ja, das geht nicht. Das geht nicht so leicht. Ich komme hier ja nicht raus, wenn ich einfach so meine Sachen parken könnte und in eine andere Stadt ziehen würde oder so. Wenn das möglich wäre. Hast du einen eigenen Beruf? Hast du einen festen Beruf? Das geht bei mir nicht. Das kann ich nicht machen. Hast du einen Beruf? Nee, das konnte ich nicht anfangen. Ich habe meine Schule beendet und ja. Und von was lebst du? Also ich lebe vom Staat, weil unser Landkreis hier mir keine Aufenthaltsgenehmigung geben will. Dann kriege ich auch keine Arbeitserlaubnis. Also eine komplizierte Situation zudem auch noch. Ja. Also die Einzelheiten sind natürlich kompliziert. Das ist mir schon klar bei dir. Ich finde aber, ich habe schon sehr oft mit Mädels gesprochen in deiner Situation, Alice. Die dann aber doch den Schritt gewagt haben, sich weiter so, sagen wir mal, so auf eigene Beine zu stellen. Und das ist ein ganz, ich weiß, dass das ein verdammt harter Weg ist, aber das ist die einzige Chance, die du hast, dass du Ausschau hältst nach deinem eigenen Weg und dein Glück selbst suchst und dich nicht von anderen bestimmen lässt. Ja, aber wenn man nichts zum Halten hat, wo man sich halb festhalten kann, wenn man keine Perspektive sieht, dann geht das auch nicht. Das ist nicht so leicht. Ich weiß. Wenn man niemanden hat, der einem dabei hilft oder so, oder? Wir werden dir jetzt mal gleich eine Adresse geben oder einige Adressen, wo du Kontakt knüpfen kannst zu Frauen, die in einer ähnlichen Lage waren oder sind wie du. Da kannst du dich austauschen und da gibt es bestimmt einige sehr interessante und für dich auch hilfreiche Tipps, vor allen Dingen von Leuten, die dich richtig verstehen, die auch aus seinem Umfeld kommen. Okay. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, ja? Ich wollte noch was sagen. Bitte. Also deine Stimme finde ich ja ganz toll. Das ist ja nett. Deine Stimme ist so schön und deine Sendung auch. Sehr lieb, dass du es hast. Dankeschön, Alice. Wir rufen dich gleich wieder an. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein wenig Post. Die Post-Ecke. Post haben wir bekommen von Thorsten. Der schreibt, hallo, liebes Domian-Team. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Eure Sendung ist einfach super. Wenn ich mich in der Woche um 0.30 Uhr in meinem LKW aus den Federn schwinge, habe ich zwischen ein Uhr und zwei Uhr immer das beste Frühstücksfernsehen, das es gibt. Macht weiter so, euer Thorsten. Dann schreibt Mike, hallo, Domian, du wirst zugemüllt mit Lob und Lobeshymne. Mich nervt das total. Aus reinem Voyeurismus bleibe ich manchmal nachts bei dir hängen. Ich finde, du solltest dich mit deinen Meinungen zurückhalten und, mir geht es tierisch auf den Zeiger, immer wieder über 60-Jährige zu hören, die von ihrer gerade erwachten Sexualität erzählen. Sowas muss man nicht hören. Ich finde das ekelhaft. Lieber Mike, du hast es ja selbst schon ausgedrückt. Sowas musst du auch nicht hören. Da gibt es ja immer noch den berühmten Knopf. So, dann eine Reaktion noch auf unsere Sendung Weibliche Sexualstraftäter von Lena, 22 Jahre aus Paderborn. Die schreibt, ich danke dir sehr, Domian, dass du ein derartiges Tabuthema aufgegriffen hast. Auch ich bin ein Opfer. Das Opfer meiner lesbischen Patentante. Zwischen meinem 12. und 15. Lebensjahr hat sie mich zum Oralsex gezwungen. Erst durch eure Sendung habe ich erfahren, dass ich mit dieser Vergangenheit nicht alleine dastehe und habe mich jetzt entschieden, mir bei einem Arzt oder Psychologen Hilfe zu holen. Und letzte kleine kurze Post. Michael, 22, schreibt, hey, Domian, ich habe gehört, dass du der absolute Simpsons-Fan sein sollst. Stimmt das? Das stimmt absolut, Michael. Ich bin ein großer Fan der Simpsons. Ende der Postecke und weiter geht es mit Lars und Lars ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Lars. Hi, grüß dich. Hallo, Lars. Worum geht es? Ja, ich weiß jetzt nicht, um welches Thema es genau geht. Also ich hatte letzte Woche mit meiner Frau hier zusammengesessen und wir hatten versucht, letzte Woche schon einmal bei dir anzurufen, sind nicht durchgekommen und um das Problem irgendwo ein bisschen näher zu beschreiben, denke ich, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hatte meine Frau, also wir sind seit, jetzt muss ich fast überlegen, 13 Jahren verheiratet, seit 17 Jahren zusammen, haben zwei Kinder, eine 10-jährige Tochter, eine 3-jährige Tochter und in einer Zeit, wo ich bei der Bundeswehr gewesen bin, ist meine Frau fremdgegangen. Sie hatte eine andere Beziehung, die annähernd über ein Jahr hinweg ging und von diesem anderen Mann war sie schwanger, was ich damals aber allerdings noch nicht wusste. Als sie merkte, dass sie schwanger wurde, hat sie mir unter falschen Voraussetzungen, nämlich als wir damals gebaut haben, beziehungsweise eine Wohnung gekauft haben, gesagt, unter finanziellen Gesichtspunkten können wir uns das Kind nicht leisten, das zweite Kind. Also die erste Tochter war bereits geboren, die war da etwa neun Monate alt, zehn Monate alt und es wäre also nicht möglich, dass wir unter den finanziellen Gesichtspunkten das zweite Kind bekommen. Sie hat mich, sie trug damals eine Spirale, ist trotz der Spirale schwanger geworden und die Frauenärztin hat gesagt, ein Schwangerschaftsabbruch wäre möglich, wenn man die Spirale ziehen würde, weil das eine Entscheidung ist, die jede Frau für sich selber hat. Also ich mache mal einen Vorschlag. Ehe wir uns jetzt in den Details der ganz fernen Vergangenheit verzetteln, sag mir mal und dann gehen wir mal, dann gehen wir wieder in die Vergangenheit. Was jetzt ganz aktuell das Problem ist. Das ganz aktuelle Problem ist, dass ich eigentlich dadurch, dass ich jetzt fünf Jahre lang mehr oder weniger in Ausbildung und Studium gewesen bin, den Kopf immer voll gehabt habe und seit etwa anderthalb Jahren in einem festen Job bin, angefangen habe, wieder ein Familienleben versucht habe aufzubauen. Aber durch dieses Familienleben genau da wieder in diese Vergangenheit zurückgeworfen worden bin und auf diese Beziehung, die sie damals gehabt hat, auf diese Schwangerschaft, auf diesen Schwangerschaftsabbruch zurückgekommen bin und einfach das nicht verarbeiten konnte. Und ihr irgendwann dann gesagt habe, dass über diese gesamte Zeit hinweg ich das alles in mich hineingefressen habe und mit dieser Situation nicht klargekommen bin und ihr gesagt habe, dass eine Beziehung unter diesen Umständen, wie sie damals stattgefunden hat, nicht mehr möglich ist. Diese Geschichte mit der Schwangerschaft und dem Fremdgehen, liegt jetzt, nochmal gefragt, wie lange zurück? Die liegt jetzt etwa sechs Jahre zurück. Sechs Jahre liegt die zurück. In diesen sechs Jahren, wie war denn eure Beziehung da? Dadurch, dass ich, wie gesagt, in Ausbildung gewesen bin, sehr weit weg gewesen bin, im Studium gewesen bin, bezog sich das eigentlich auf eine reine Wochenendbeziehung. Na gut, aber immerhin. Wochenende ist Wochenende. Wie lief das denn? Und sechs Jahre sind sechs Jahre. Wie habt ihr euch denn da verstanden? Ja, meine Frau hat eigentlich alles geregelt, was ihr zu Hause zu regeln war. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger mich auf meine berufliche Karriere... Also irgendwie lief das alles so nebeneinander her? Richtig, genau. Also ihr habt es beide so laufen lassen? Ja. Warum jetzt gerade? Warum thematisierst du es gerade jetzt? Ich thematisiere es jetzt, weil vor etwa zehn Wochen ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich eine Beziehung angefangen habe. Mit einer Frau, die ich kennengelernt habe über ein Hobby von mir, das Motorradfahren. Weiß deine Frau davon? Meine Frau weiß davon, ja. Die weiß davon. Und was sagt sie? Wir haben darüber gesprochen und ich habe festgestellt, dass mir diese Frau, die jetzt in mein Leben getreten ist, mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Also sagen wir ganz grob, du bist verknallt. Ja. Dadurch kommt dir die ganze Vergangenheit nochmal ein bisschen mehr oder ein bisschen viel hoch. Richtig, genau. Und dieses Verknalltsein führt dazu, dass du dich eigentlich noch mehr von deiner Frau distanzierst. Richtig, genau. Liebst du denn deine Frau noch? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Im Grunde genommen hat es angefangen, als sie mir wirklich gestanden hat, dass sie damals diese Beziehung geführt hat und dass sie halt mich über ein Jahr lang hinweg betrogen hat. Aber schlimm genug, dass du es dann sechs Jahre hast schleifen lassen. Richtig. Das war ein Fehler von mir, den gebe ich auch zu. Und jetzt den Anlass brauchst, nämlich, dass du dich neu verliebt hast, um mal grundsätzlich darüber nachzudenken. Das würde ich nicht so unbedingt sagen. Ich glaube, der Anlass war eigentlich eher der, dass ich diese anderthalb Jahre oder dieses Jahr, dieses letzte Jahr Revue passieren lassen habe, wo ein bisschen Ruhe bei mir im Leben eingekehrt ist. So, jetzt hast du ganz entscheidende Sachen gesagt. Einmal gibt es da in der fernen Vergangenheit etwas, eine Verletzung, mit der du bis heute irgendwie nicht zur Rande kommst. Diese Verletzung hat zur Folge gehabt, dass du deine Frau nicht mehr geliebt hast. Richtig. Und da ist auch, dass es auch alles nicht wieder neu entfacht worden. Richtig. Und jetzt hast du sogar eine neue Verliebtheit, verspürst du. Ja. Das sind ja alles Zeichen, dass die Weichen gestellt werden müssten in Richtung Trennung. Richtig. Und das ist ja nicht das Einzige, was passiert ist, sondern durch diesen Beziehungsstress, durch diesen, ich möchte schon fast sagen Trennungsstress, weil wir uns eigentlich auch schon getrennt haben. Denn wir wohnen zwar noch in einer Wohnung, leben aber in getrennten Räumen, hat das eine Auswirkung auf meine Frau gehabt, nicht nur auf meine Frau, sondern auf mich auch, dass wir extrem abgenommen haben. Und in dieser Zeit, in der wir extrem abgenommen haben, hat meine Frau einen Knoten in der Brust festgestellt. Dieser Knoten in der Brust wurde von verschiedenen Ärzten diagnostiziert als gutartige Drüsenveränderung. Meine Frau hat sich da aber nicht einfach drauf verlassen, sondern hat halt eben weiter nachgebohrt und über ihre Eltern... Was ist rausgekommen? Bitte? Ist es was Bösartiges oder ist es was Guter? Es ist leider, muss man sagen, etwas Bösartiges gewesen. Ist es im Griff jetzt? Man hat ihr den Tumor entnommen. Ja. Man hat noch einen zweiten Tumor entdeckt, auch den hat man entnommen. Das Ganze passierte jetzt gerade vor etwa drei Wochen. Also, das heißt, da ist noch eine Problematik dazugekommen, nämlich auch noch, die Frau ist krank. Richtig. Heißt das, dass da auch noch so ein schlechtes Gewissen jetzt bei dir hinzutritt, ich kann mich jetzt nicht letztendlich von ihr trennen? Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht von ihr trennen kann, denn eigentlich im Grunde genommen habe ich mich schon von ihr. Eben, so wie du es gerade erzählt hast, ist es eigentlich schon längst passiert. Es ist eigentlich schon längst passiert. Die Problematik, die jetzt familiär auftritt, ist die, also, dass dieser Tumor entnommen worden ist. Nachdem der Tumor entnommen worden ist, wurde festgestellt, dass auch das umliegende Gewebe um den Tumor herum bösartig war, von Krebszellen durchsetzt war. Eine zweite Operation vor 14 Tagen war erforderlich, die dazu geführt hat, dass ihr die gesamte rechte Brust entnommen worden ist. Was hat das jetzt für dich alles für eine Konsequenz? Ja, die Konsequenz, dass ich nervlich eigentlich mehr oder weniger am Ende bin, genauso wie meine Frau. Aber du willst deinen Weg doch weitergehen, oder? Natürlich will ich meinen Weg weitergehen. Wie würdest du denn das Problem formulieren, vor dem du jetzt stehst? Das Problem, vor dem ich jetzt stehe, ist eigentlich eine Regelung zu finden, eine Sicherheit für die Kinder zu finden, eine adäquate Trennung herbeizuführen, in der ich und meine neue Partnerin vernünftig mit meiner Frau und den Kindern umgehen. Ja, das ist doch genau das richtige Vorhaben. Und wenn man das nicht alleine schafft, finde ich es völlig legitim, sich da mal für ein, zwei Stunden, Beratungsstunden, auch eine Hilfe von außen zu holen. Gerade auch in der Situation, wo die Frau jetzt erkrankt ist. Richtig, das haben wir auch schon getan. Wir haben also die evangelische Lebensberatung da schon hinzugezogen und haben auch dort Hilfe erfahren, was zur Folge hatte, dass meine Frau immer weiter zusammengebrochen ist. Und ich eigentlich letzte Woche, wie gesagt, mit meiner Frau mit dir sprechen wollte. Und am Freitag eine Einweisung in die Nervenklinik erfolgt ist. Das heißt, ich habe heute Morgen meine Frau in eine Nervenklinik gebracht und sitze jetzt zurzeit alleine jetzt. Das heißt, also die Situation ist ja doch sehr ernst, wie es jetzt an mir nicht so klar wird. Richtig, ja. Dass da auf jeden Fall psychologische Hilfe nötig ist, sowohl was deine Frau betrifft, aber vielleicht auch was dich anbelangt, um einfach diese ernste Situation richtig jetzt zu bewältigen, das Ganze. Würde ich dir gerne auch nochmal einen Anruf von meinem Psychologen anbieten, weil das muss einfach, das muss wirklich jetzt, glaube ich, in fachkundige Hände geleitet werden. Dass das alles jetzt so schon von der Perspektive her stimmt, das finde ich, ich finde, dass ihr das richtig gemacht habt und dass du das auch jetzt richtig gemacht hast. Ja. Aber es muss jetzt ordentlich begleitet werden, das Ganze. Ja. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Alles Gute, Lars. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Hier ist Manuel. Manuel ist 22 Jahre alt. Hallo Manuel. Guten Morgen, Domjan. Ja, guten Morgen. Wo bist du denn? Das klingt aber laut. Bist du auf der Straße? Ja, ist die Freispray-Anrichtung. Ja. Bist du im Auto oder was? Ja, richtig. Ja. Wir versuchen es mal. Obwohl ich es nicht so ganz gut verstehe, aber wir versuchen es mal. Ja, ich kann die Freispray-Anlage ein bisschen anders einstellen, weil ich jetzt ganz besser... Okay. Um was geht es denn, Manuel? Ja, zunächst muss ich erstmal sagen, der Thorsten, der der geschrieben hat, ne? Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, Thorsten war... Muss ich ja mal gucken. Das war der... Der Herr, der Lkw fährt. Ach, der Lkw fährt, genau. Richtig. Der bist ja auch ein Lkw-Fahrer. Richtig. Die Sendezeit, die verkürzt ein bisschen die Arbeitszeit. Sagen wir es mal so. Ja, das ist schön. Ich höre das immer wieder von Lkw-Fahrern, die uns immer tapfer hören. Gut. Könnte ruhig ein bisschen länger sein, die Sendezeit, aber... Ja, aber eine Stunde ist auch schon ganz schön viel. Das stimmt. Das ist richtig. Und was geht es denn bei dir, Manuel? Im weitesten Sinne, sagen wir mal, um käufliche Liebe. Ja. Betrifft es dich? Wie meinst du das jetzt? Ja, leistest du dir käufliche Liebe? Ich leist mir käufliche Liebe. Das heißt, du gehst öfters zu einer Prostituierten? Sagen wir es mal so, das hat irgendwann mal angefangen. Sagen wir mal so zwischen 18 und 19. Der ist das erste Mal so zu einer Dame hingegangen. Ja. Ja. Und da habe ich da die ersten Erfahrungen geschammelt. Dann kam eine Freundin. Ja. Und mit der hat so eine lange Zeit geklappt. Und dann aufgrund vom Beruf, weil ich das auch nicht so lange mache, ist das dann nichts mehr geworden, aufgrund von der Entfernung her. Und zu einer Prostituierten wollte ich eigentlich nie wieder gehen. Habe dann aber durch einen Bekannten, das ist jetzt, sagen wir mal, so zwei, drei Monate her. Die haben gesagt, ja, da gibt es einen neuen Club und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich nie wieder so hingehen, aber hat mich da doch gereizt, da einfach mal so vorbeizuschauen und ist ja da für nichts verpflichtet. Und da habe ich eine Dame kennengelernt, die ist 25. Ja. Und da ist auch privat was. Da ist privat auch was. Richtig. Was heißt das? Sie empfindet was für mich und ich empfinde was für sie. Habt ihr euch denn privat auch schon getroffen? Ja, aber meistens geht es nur am Wochenende oder in der Woche, wenn sie mal frei hat. Ja, wie oft habt ihr euch schon privat getroffen? Also das muss bestimmt schon so zehn, zwölf Mal gewesen sein. Ah ja, ah ja. Das heißt, du bist verliebt in sie, das kann man sagen. Ja, kann man so sagen, weitestens in der. Ja. Soweit so gut, aber? Aber sie muss, oder was heißt, sie muss, sie will jetzt noch so zwei Jahre ungefähr in dem Beruf weiterarbeiten. Das wiederum gefällt dir nicht. Was heißt gefallen? Man kann es dir eh nicht in der, ne? Sag ich jetzt mal. Ja, ist die Frage, ob man es ändern kann, ob man es ändern will. Ja gut, sie hat auch gesagt, sie würde dann, sag mal, wenn sie da in der Beziehung würde dann noch nichts entgegensprechen von ihrer Seite her. Die Frage ist nur, wie man als Typ damit umgeht, wenn die Freundin als Prostituierte arbeitet. Ja, ich sag mal, Probleme habe ich damit keine, ne? Weil das ist ja ganz, sagen wir mal, ein edler Club hier. Da wird ja auf Schauberkeit und so weiter und sowas geachtet. Da achte ich dir auch selber drauf. Ja. Ja, das ist ja schon mal eine ungewöhnliche, eher ungewöhnliche Einstellung. Die meisten Jungs würden jetzt sagen, kann ich nicht mitleben, egal ob das ein Edelclub ist oder nicht ein Edelclub. Ja klar. Meine Frau kann das nicht machen. Aber da bist du schon relativ offen und sagst, okay, wenn sie da ihren Job macht und sie das will, du kannst... Sie hat ja vorher mehrere Berufe gelernt. Ja. Warum ist sie denn jetzt so unbedingt scharf darauf, als Prostituierte weiterzuarbeiten? Ja, erstmal wegen des Geldes wegen, sag ich mal. Ist mir schon klar. Ist sie denn... Das ist der Hauptgrund. Ist sie denn verschuldet oder... Nee, verschuldet ist sie gar nichts. Sie hat einen Beruf gelernt im Erzgereiwesen. Ja. Dann hat sie noch eine Ausbildung zum... Hier ist das Rettungswesen da. Rettungsassistentin oder sowas gemacht. Ja. Und hat aber in beiden Berufen keine Lehrstelle in ihrem Wohnraum näher. Also eine Anstellung dann hinterher. Anstellung gefunden. Anstellung gefunden, ja. Dann bist du durch den Verhandeln da hingekommen und das Geld ist der Hauptgrund, damit sie weiterarbeitet. Glaubst du ihr denn, dass sie wirklich auch an dir interessiert ist und dass da schon Gefühle im Spiel sind? Das glaube ich ja. Sonst würdest du nicht jedes Mal anrufen, ob ich am Wochenende Zeit habe. So. Es könnte so sein, dass ihr noch mehr zueinander kommt. Du bist LKW-Fahrer und sie ist Prostituierte und sie will es auch weiter bleiben. Kann das... Ist das für dich eine Perspektive? Kann man so nicht sagen. Weiß man nicht, ne? Aber du rufst mich an. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich soll mir das erklären, ja. Weil ich weiß jetzt nicht genau, ob man da so dranbleiben soll oder ob man sich anderweitig umschauen soll, ne? Ja, Manuel, es ist eine Frage. Es ist eine schwierige Frage, wenn du in die Frau... Ich meine, ich bin ja auch noch jung, ne? Ja, wenn du in die Frau wirklich verliebt bist, so und sie in dich auch und wenn da wirkliche Gefühle im Spiel sind, finde ich schon, dass man dranbleiben sollte. Ja, klar. Dann ist natürlich die Frage... So zwei Jahre sind zwei Jahre, ne? Ja. Sie hat dann gesagt, danach will sie, also ewig will sie netter in dem Beruf bleiben, sie will dann auch in der Beziehung aufbauen. Ja. Es ist die Frage, ob du das aushältst. Ich würde es nicht aushalten. Aber das ist kein Maßstab. Wenn du sagst, okay, ich halte das aus, das ist okay und ich trenne ihren Job und die Frau als Privatfrau, das ist okay. Du könntest aber auch so einen Anspruch haben oder so eine Haltung, dass du sagst, wenn ich mich auf die Beziehung einlasse, dann will ich auch, dass sie in einen normalen Job wieder geht. Das ist meine Bedingung. Das will sie ja danach sowieso machen. Ja gut, danach, aber zwei Jahre sind zwei Jahre, wie du schon gerade sagtest. Das ist richtig. Naja, man muss sich das mal gucken. Wie gesagt, das ist ja noch am Anfang, ne? Ich würde, genau, ich würde an deiner Stelle jetzt auch erstmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Richtig. Je ernster das wird, desto klarer werden die Fragen dann auch. Genau, da kann man immer noch sehen, ja, bleibt das jetzt so oder bleibt das so? Vielleicht sagt sie ja von sich aus auch, wenn sie merkt, dass das schon sehr ernst ist zwischen euch beiden, dass sie freiwillig da rausgeht, könnte ja auch sein, weiß man Ja klar, das ist richtig. Also wenn jetzt dann ein guter Funken ist zwischen euch beiden, dann würde ich erstmal dranbleiben. Na klar, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, Manuel. Da muss ich das geben. Dann wünsche ich dir alles Gute, viel Glück und toll, 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 für die Liebe und schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Alles Gute, Manuel. Könnte ich noch ein Autogrammprogramm? Ja, du legst bitte auf und wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Gut, dann weiterhin noch gute Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, unser Thema Morgen habe ich noch gar nicht gesagt. Morgen haben wir ja wieder Themennacht. Morgen ist Dienstag, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da haben wir immer ein Thema. Und das Thema heißt schlechter Sex. Ich möchte mit euch reden über euren schlechtesten Sex, den ihr bisher in eurem Leben hattet, an den ihr gar nicht gerne zurückdenkt. Und wenn ihr daran zurückdenkt, mit Grauen zurückdenkt. Also schlechter Sex ist unser Thema. Morgen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch könnt ihr euch per Mail, könnt ihr euch schon anmelden. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Schlechter Sex. Sophie ist hier, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sophie, um was geht es bei dir? Bei mir geht es darum, ja, ich bin hochbegabt. Und das ist mein Thema. Du bist hochbegabt? Ja. Könnte man eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich könnte man das sagen. Oder man könnte zumindest als nicht hochbegabter davon ausgehen, dass man jemandem gratulieren kann. Ja, da würden die meisten Menschen denken, wow, die ist super schlau. IQ von? 143. 143. Die Norm liegt bei? 100. 100. Was hast du gelernt? Hast du studiert? Oder studierst du noch? Ich habe studiert. Lehramt auf Sonderschule. Ja. Arbeite jetzt als Lerntherapeutin. Ja. Aber alles sagst du mit so einer schweren, mit einer Schwere in der Stimme. Ja. Warum? Weil das Problem eben ist, das bedingt durch die Hochbegabung immer wieder an Ecke mit anderen Menschen. In welchen Situationen fällt es dir besonders auf? In Situationen, in denen ich einfach in sozialen Kontakten mit anderen stehe, die eben nicht mit mir freundschaftlich verbunden sind, sondern ganz einfach in irgendwelchen Gruppen oder so. Es ist immer am Anfang so, ich bin immer die tolle Sophie, die alles kann, die kreativ ist, die intelligent ist, die super ist und irgendwann fängt es an, den Leuten wahnsinnig auf den Keks zu gehen, dass ich alles kann, dass ich intelligent bin, dass ich kreativ bin. Achso, dann fühlen die sich kleiner dir gegenüber. Genau. Ist es dir nicht gelungen, im Laufe der Jahre auch Kontakte zu Menschen aufzubauen, die in ähnlicher Weise hochbegabt sind, wo das Gefälle nicht so groß ist? Nee, leider nicht. Warum nicht? Es gibt doch, glaube ich, sogar so einen Club. Ja, im Mensa. Ja. Gibt es, aber ich wohne in einer Kleinstadt, in dem gibt es das nicht. Der nächste wäre 150 Kilometer weit entfernt und es ist relativ schwierig, da dann auch immer hinzukommen. Fühlst du dich denn selbst den Leuten, letztendlich den meisten Leuten auch überlegen? Nein. Also, ich bin intelligent, das ist so, aber das ist kein Maßstab für mich, um Menschen zu bewerten. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich das nicht immer verstecken kann. Mhm. Aber ich kann es auch nicht thematisieren mit den Menschen. Wissen die Leute, dass du hochbegabt bist oder hältst du das geheim? Das wissen ganz, ganz wenige. Ja. Das sind eigentlich nur meine engsten Freunde. Die anderen kriegen das nur mit aufgrund deiner Art und Weise des Umgangs, der Sprache, der Rhetorik und weiß ich was alles, der Kreativität und so weiter. Hast du das während des Studiums auch so empfunden? Ich habe eigentlich, also dass ich hochbegabt bin, weiß ich erst seit einem guten Jahr. Ach. Ich habe vorher eigentlich immer nur gedacht, warum bin ich anders? Ja. Was ist das so? In der Schule habe ich immer gedacht, in der Grundschule ging es mir immer so. Ich habe mich höllisch gelangweilt. Das wundert mich sehr. Du bist 35 Jahre und so gerade in den letzten, ich sage mal, letzten 10, 15 Jahren war dieses Thema hochbegabte Kinder doch immer wieder in der Presse und so. Ja, aber ich habe mich nie dazugezählt. Ich habe immer nur gedacht, ja, das ist spannend, das ist interessant, es hat mich auch immer fasziniert, aber ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich dazugehöre. Fühlst du dich denn in dem, was du tust, auch beruflich tust, fühlst du dich da wirklich gefordert? Ne, ich fühle mich in allem, was ich tue, völlig unterfordert. Warum suchst du dir kein anderes berufliches Betätigungsfeld? Du könntest noch ein Studium machen. Da bin ich gerade dabei, das aufzubauen für mich. Was wirst du machen? Ich möchte gerne in den theologischen Bereich gehen. In den theologischen Bereich? Ja. Wie kommt das? Ich bin engagiert in der Kirche und habe für mich da eben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass mich das mehr fasziniert als alles, als ich am Anfang einfach auch gedacht habe. Theologischer Bereich heißt, dass du Theologie studieren möchtest noch? Ja, genau. Und eventuell sogar eine Universitätslaufbahn? Ne, mich würde sehr faszinieren, eine Laufbahn als Gemeindepastorin. Ja. Ich meine, das ist doch eine Perspektive, da liegt doch schon fast die Lösung jetzt. Das heißt, da liegt ein ganz anderes Leben vor dir. Und andere Menschen, ein anderes Umfeld und so weiter. Trotzdem muss ich mich aber erstmal damit abfühlen, dass ich noch ein Stück weit in diesem Umfeld, in dem ich im Moment lebe, verhaftet bleiben muss, weil ich auch mein Geld verdienen muss, um mein Studium bezahlen zu können. Ja, vielleicht kannst du es auch jetzt mit dem Wissen, ich meine, das ist ja noch relativ frisch bei dir, wenn du sagst, seit einem Jahr weiß ich das erst. Woher weißt du das eigentlich? Hast du dein Interimente? Ich habe es erst gemacht. Ah ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch eine Weile braucht, dass du richtig irgendwie alles so einordnest für sich selbst. Dass du quasi noch jetzt in der Eindenkphase bist, trotz deiner Intelligenz. Dass du eben hochbegabt bist. Aber mit dem Wissen, dass du es jetzt, dass du es bist, müsste das doch möglich sein. Und mit der Perspektive, dass es bald irgendwie anders wird, müsste es doch möglich sein, dass du die Zeit noch irgendwie so hinkriegst. Es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Ja, natürlich bleibt mir das anders übrig. Es ist ja auch ein Luxusproblem. Sehe ich ja auch nicht. Ja, nein, finde ich gar nicht mehr so. Ich meine, es ist vereinsamt. Es hat dich ja wahrscheinlich auch vereinsamt. Oder ausgegrenzt. Es grenzt mich eher aus. Also nicht vereinsamt, also ich habe schon einen Freundeskreis, der ist sicherlich nicht groß, aber sehr exklusiv, würde ich dann sagen. Hast du einen Menschen auf Augenhöhe? Nein. Ja, den musst du suchen. Den gibt es auch. Aber du bist ja auf dem besten Wege dazu. Die Problemlösung heißt das Theologiestudium. Wenn du das jetzt nicht machen würdest, wäre ich auch recht ratlos. Aber du hast es ja klug, wie du bist, selbst schon eingefädelt. Und den Rest musst du jetzt irgendwie hinkriegen noch, die Zeit, während du noch in deinem alten Leben verhaftet bist. Wie lange wird das sein? Lange noch, ne? Es wird noch einige Zeit dauern, weil ich muss erstmal auf jeden Fall Griechisch, Hebräisch und Latein machen. Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Du bist ja schon mal gut lange mit beschäftigt. Ja klar, ich habe auch schon angefangen zu lernen. Geht es dir leicht von der Hand? Ich bin ein super schlechter Auswendiglehrer. Ich verstehe Sachen lieber. Ah ja. Ich war schon in der Schule immer so. Ich habe es gehaft, Gedichte auswendig zu lernen. Also Schauspielerin wäre nichts für dich? Wahrscheinlich eher nicht. Also wie lange wird es noch ungefähr dauern, bis du dann wirklich eher in dem Bereich arbeiten wirst können? Also das Studium dauert als Vollstudium zehn Jahre. Ja, wahnsinnig lange. Wahnsinnig lange. Das ist wahnsinnig lange und ich muss eben das vereinbaren mit Arbeit. Bin aber im Moment noch dran zu gucken, ob ich mir gegebenenfalls schon einige Sachen anrechnen lassen kann, weil ich auch im psychologischen Bereich einfach ja schon arbeite. Und gucken dann das Studium halt so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Also ich peile erst mal an, im Herbst mit den Sprachen anzufangen. Und das wären dann so zwei, drei Semester. So, dennoch würde ich an deiner Stelle auch mal Kontakt zu den Mensaleuten aufnehmen. Du sagst zwar, du wohnst außerhalb, aber das ist ja heute alles egal. Du gehst ins Netz und hast den Kontakt. Ja, ist vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja, würde ich auf jeden Fall mal testen. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind das auch Leute, mit denen du gar nicht kannst. Ich meine, nur Hochbegabte ist ja auch keine Grundlage für eine Freundschaft. Nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht ergeben sich da interessante Kontakte oder neue Perspektiven durch Gespräche oder weiß ich was. Also, ich finde, das klingt doch schon alles ganz gut, Sophie. Die angehende Theologin, vielleicht Professorin, wer weiß. Ja, wer weiß, wenn ich noch mal hinkomme. Die ist fleißig Hebräisch und Lateinland und Griechisch. Das ist doch super. Durch den Rest musst du durch. Gibt es gar keine andere Sache mehr. Und du nimmst Kontakt mit Mensa auf. Gut. Alles abgemacht, ne? Das ist abgemacht. Alles klar. Liebe Sophie, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war Sophie und hier ist Monika. Monika ist 50. Hallo Monika. Hallo Domian. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Du, ich bin einfach nur scheiße traurig. Was ist denn passiert, Monika? Ich weiß seit dem 20.06. letzten Jahres, dass mein Mann Krebs hat. Dein Mann weiß es nicht? Doch. Doch. Doch, wir sind auch in Therapie. Ich sag wir, weil ich mach die Therapie mit, ne? Ja. Was ist das für ein Krebs, den er hat? Ein Adenokarzinom. Was ist das? Ein Schleimhautkrebs. Ach. Wo hat man den? Der sitzt zwischen Speiseröhrenausgang, Mageneingang und Zwerchfell. Nichtoperabel, weil Tumorstadium zu weit fortgeschritten. Wie hat er das gemerkt? Rückenschmerzen. Ach. Und ich habe auch häufig Rückenprobleme und er hat meine Tabletten, hat er sich einfach reingefissen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du hör mal, Schatz, das geht nicht mehr. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und er wurde direkt da behalten. Wir haben beide vier Wochen Hölle erlebt. Jede Untersuchung ohne Befund. Und, ja, wenn du dann hörst, es ist nichts. Was denkst du? Aber irgendwann kam ein Befund. Irgendwann kam ein Befund. Nämlich im Februar letzten Jahres. Und dann habe ich gedacht, ey, scheiße. Was bedeutet jetzt diese Diagnose? Was kann man gegen diesen Krebs machen? Er hat eine Chemotherapie hinter sich gehabt. Die hat sehr gut angeschlagen. Irgendwann war er resistent. Ist normal, dass also irgendwann eine Resistenz entsteht. Dann wurde eine ambulante Chemo gemacht, wo dann gesagt wurde, die wird besser vertragen. Er kann wieder essen. Und das Ende vom Lied war, er konnte nicht essen. Ich musste ständig darauf achten, dass er irgendwelche Medikamente nahm, damit er essen konnte. Also er kann nicht schlucken mehr. Eigentlich schon, aber... Er hat keinen Appetit, oder was? Erstens hat er keinen Appetit. Zweitens hat er auf der ersten Station, wo er gewesen ist, verlernt zu essen. Wenn ich nicht unser Gemüse, unser Essen mitgebracht hätte, wäre er verhungert. Ach, ich verstehe. Weil das Essen da so schlecht war, dass er gar keine Lust hatte zu essen. Es war fetttriefend. Und wenn du krank bist, kannst du kein Fett essen. Wie schätzen die Ärzte seine Situation im Moment ein? Kann man Hoffnung haben? Der Professor sagte uns vor Weihnachten, das kriegen wir in den Griff. Das schaffen wir. Er hat dann auch wieder zugenommen. Und dann hieß es nur, ihr seid auf dem besten Wege. Es sieht super aus. Ja. Und letzten Freitag kam dann die Hiobsbotschaft, wir brechen ab. Es geht nichts mehr. Aha. Das heißt, wir brechen ab, wir machen keine weitere Chemotherapie? Nein, wir überlegen, was wir weiter tun. Ja. Und damit kann ich nicht umgehen. Es ist eine Scheißantwort. Ja, was bedeutet die konkrete? Dass sich der Krebs so weit ausgebreitet hat, dass man jetzt neu nachdenken muss? Ja, richtig. Ich denke schon. Ist er auf andere Organe auch übergesprungen? Nein, die Metastasen sitzen auf den Knochen, auf den Knochen, nicht in den Knochen. Und es begann mit der Schleimhaut? Es begann mit der Schleimhaut, ja. Hat er jetzt Beschwerden beim Schlucken oder hustet er? Er hustet sehr viel und er hat einfach nur eine Aversion gegen das Essen. So, jetzt hängt ihr quasi in der Luft. Man hat euch gesagt, dass es sich extrem verschlimmert. Nein, es hat sich überhaupt nicht verschlimmert. Es ist nicht gesagt worden, es hat sich verschlimmert. Der eine Wert ist hoch, der andere ist runter. Der eine Arzt sagt, Tumormarker, scheiße, vergiss es. Der andere sagt, Tumormarker, super. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das sind widersprechende Ärzte-Aussagen. Es widersprechen einfach, der Professor sagt, die Tumormerte sind in Ordnung. Und der andere sagt, die sind also nur Kacke. Ja, wem glaubt ihr? Ich glaube mir. Bitte? Ich glaube mir. Du glaubst dir? Ja. Was heißt das? Ich habe heute angeleiert, alternative Medizin zu machen. Und werde also ab morgen zu einer Heilpraktikerin gehen. Ich werde eine Klinik aufsuchen. Ich weiß nicht, ob du Clemens Kubi kennst. Nein. Das ist ein Mitbegründer der Grünen. Und der hatte einen absolut schweren Unfall, wo ihm diagnostiziert würde, er würde Zeit lang seines Lebens querschnittsgelämmt bleiben. Der läuft wieder Marathon. Bitte? Der läuft Marathon. Jetzt, heute wieder? Wieder, ja. Und der setzt auf die Selbstheilungskräfte. Ja. Und da gibt es natürlich viele Geschichten und viele hoffnungsvolle Dinge. Natürlich auch Dinge, die äußerst skeptisch beurteilt werden können. Ich bin ja jemand, der mir eher so an die Schulmedizin glaubt, oder was heißt glaubt, der zuerst erstmal alles abklären lässt. Also wenn jetzt zwei Ärzte sich widersprechende Aussagen machen, da würde ich jetzt einen dritten aufsuchen. Das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Und je nachdem, was dann rauskommt. Und klar, natürlich sollte man auch auf die anderen Methoden zurückgreifen. Und durchaus, da gebe ich dir recht. Aber was da der richtige Weg ist, ist ungeheuer schwierig zu entscheiden. Und ist so individuell von dem Einzelfall abhängig. Gut, ist natürlich so eine Aktivität auch, weil die Aktivität auch Hoffnung wieder mit sich bringt. Ich mache im Moment eine Psychotherapie und meine Psychotherapeutin sagte zu mir, sie sind ein Macher. Sie müssen machen. Ich gehe vor die Hunde, wenn ich nichts tun kann. Was sagt denn dein Mann jetzt zu den neuen Überlegungen? Er sagte, er möchte keine neue Chemo, wenn er nicht die Gewissheit hat, dass sie anschlägt. Ja, gut. Kann ich verstehen. Ja, das ist eine klare Aussage. Das heißt, auf dieser klaren Aussage kann man ja schon mal sich dann auch orientieren im Bereich alternative Medizin. Richtig. Dennoch könnt ihr, das wollt ihr ja sowieso machen, nochmal eine dritte ärztliche Meinung einholen. Ich werde jetzt zum Professor Diehl gehen. Ja. Uni Klinikum Köln. Und einfach bei ihm mal nachhorchen. Ja. Und dann? Weißt du, ich kann einfach nicht akzeptieren, dass man sagt, nein, dass man einen Menschen einfach als Versuchskandilchen benutzt. Ja, das wird ja auch so schnell keiner machen. Diesen Vorwurf kann man ja auch so einfach nicht machen. Das ist ja auch immer sehr schwierig. Monika, die Sendung ist gleich oben. Ich höre es. Schön, dass wir nachher sprechen können. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und toi, toi, toi für deinen Mann. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Gero Kuntermann und Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema schlechter Sex. Ich möchte gerne mit euch über euren schlechtesten Sex sprechen, den ihr je in eurem Leben hattet.